Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Ich wünsche mir wieder hindsight ans king of the kill zusammen mit poppy, darkhorns und fight for justice. Hallo, 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 rechts zu Richtung E. Ich flieg Richtung Camp da hinten. Summer camp. Bleib doch Richtung Osten. Keine Ahnung wo das ist. Ja, ich flieg Richtung Südwesten, aber drücke nach links so dass ich irgendwo anders hin fliege, weil das bisschen weiter geht. Oh geil, ich lande genau auf dem Zelt. Hat mich nämlich auch wer gefragt. Ja, das geht weiter. Wenn man so fliegt. Wenn man so seitwärts fliegt anstatt direkt. Es geht schneller und weiter, richtig. Ja, schneller nicht unbedingt. Doch, geht schneller. Oh, Acker. Und weiter. Ack, ack. Oh, Shotgun. Und weiter. Höher und schneller und weiter. Verschreiter. Wie die Luzi. Oh, fünf Kills. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie viele Kills das in der Runde davor haben. Wir legen nur noch 20 Personen. Ich mein drei, so ne? Bei. Bei. Darüber müssen wir noch mal debattieren. Debattieren. Im Debattierclub. Oh, da war eben dein Kombination. Some fries, motherfucker. Nice. Du bist aber schon tot. Nicht so nice. Daraus wurde jetzt Kartoffelbrei. Nicht Kartoffelsalat? Nein, Kartoffelbrei. Kartoffelsalat, das ist irgend so ne andere Tuse gewesen. Das ist ne andere Tuse. Ja, so ne schmutzige war das gewesen. Hier oben ist kein Auto diesmal. Auch keine Waffe, die ich feststellen musste. Ja, nix. Durch mich ja schon. Ja, doch. Ducktape. Jetzt hab ich Ducktape. Ich hab auch Ducktape, aber ich hab auch schon Lemmy. Also normale Lemmy. Der Motschka. Babuschka. Der Motschka. Gehen wir hier unten nochmal hin und dann mal gucken, was er hier sagt. Ich glaub, ich hab ein Auto gefunden. Ja, sie sieht gut aus. Sieht gut. Piep, piep. Ich hab ein Jeep. Dumm, dumm, du bist dumm. So war dein Reim ungefähr. Und ein Helm, du Schelm. Deine Reime wären nicht besser. Sagt ja auch keiner, dass sie besser werden sollen. Wo ist ja überhaupt die safe sollen. Oh, wir sind safe. Oh, großer Rucksack. Auto. Ach, ein Darkwinds. Er sagt aber auch nix, ne? Ich so voller Panik. Keine Waffe, ein Auto. Und er so. Ja. Sitzt wahrscheinlich im Auto mit dem Unsch, 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 Unsch. Der Kuchenix. Nein. Wollen Sie eine Shotgun kaufen? Die Shotgun kostet Sie Geld. Kaufen Sie. Billiger, billiger. Billiger, billiger. Anderle, Anderle. Nur hier auf Schwarzmarkt. Anderle, Anderle. Anderle. Ben? Musst du verbinden. Billiger, erst mal. Du alte Party-Maus. Ich darf gleich noch Little Nightmares aufnehmen. Mach doch. Werde ich auch tun. Tun Sie, was Sie nicht blasen können. Also Freunde, falls ihr Little Nightmares schauen wollt, schaut bei Freshwise vorbei. Little Neatmares. Hier ist noch ein Quad. Ein Quad, ein Quad, aber keine vernünftige Waffe. Ich hätte gerne eine AR. Hier im Quad war ein Schlüssel, der ist weg. Machst du den? Ja. Ich hab Sprit. Das hab ich auch. Das Gute ist, dadurch. Ach ne, er sitzt noch gar nicht. Wenn Sven sitzen würde, könnte ich sogar ohne Hotwire fahren. Warte, ich komm gleich. Jetzt hat er das Hotwire abgebrochen, weil Fight for Justice ausgestiegen ist. Ich war gerade fertig. Jetzt steht da nicht mehr, dass kein Schlüssel fallen ist. Guck, ich mach mal aus. Krass, ne? Würde das nur in echt so funktionieren. Immer schön als Geisel nehmen jemanden und dann weg machen. Ich trau dem alles zu, ja. Und womit? Mit Recht? Alter! Ich brenne, ne? Ich brenne. So los, ich brauch noch ne Waffe. Ich brauch noch ne andere Waffe. Die Waffe, die ich habe, ist scheiße. Musste ich mich echt verbinden? Ich glaube, es hackt. Ich hab mir ja egal, was ich finde. Das wär wie jetzt das Auto, aber Ich konnte ja nicht wissen, dass ich das finde. Los, weiter Richtung Norden. Komm, 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 komm. Komm, wir los. Ja, ich schenkele dich. Fahrt auch los. Fahrt auch los. Wow. Hallo, allgemeine Fahrzeugkontrolle. Hallo. Fahrzeugkontrolle. Nee, das war da. Führerschein und Ausweichspapiere, bitte. Hey. Hast du getroffen? Hallo. Fahrzeugkontrolle. Das Auto hat jetzt Aua. Der hält dich nicht, ne? Ja. Ja, meins nicht. 80 Prozent, oder was? Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, ich bin gut runtergekommen. Hallo, Fahrzeugkontrolle. Ich kipp dir gleich anale Grande, wenn du nicht aufhörst. Wow. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, fuck, bomb. Pass auf, die sind nicht hinterhergekommen, ne? Sag ich doch, die stehen da hinten irgendwo fest. Hallo, Fahrzeugkontrolle. Und da tut er da. Ja, genau. Hallo. Die denken halt jetzt wahrscheinlich echt, wenn wir welche zukommen. Das wird nie arg. Jetzt fährt er extra langsam hier. Ich will hier rein. Servus. Runter, runter. Du hast das Versack-Kitty übersehen. Nope. Du, 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 du. Du, 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 du. Ähm. Sie wissen nicht, was sie tun. Alter. Opsa. Opsa? Das war keine Absicht. Im Übsi? Hast du irgendwas zum Werfen? Werf das mal bei Sven da hinten rein. Ne, leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Vielleicht finde ich hier schnell was. Was ist denn mit dir? Alles gut. Oh, hier. Ducktap. Wirf mal bei mir rein. Ducktap. Ne. Auch nicht. Das mit dem Werfen würde ich bei ihm jetzt aufpassen, ne? Wenn du so ihm sagst, wirf mal bei mir rein. Der wirft dir was. War das? Das. Au. Oh, er ist gestorben. Er macht einfach einen Teamkill. Ja. Ich hab das Fass abgeschossen. Macht er auch einfach. Hast du gesehen? Macht er einen Teamkill. Töte ihn. Alles kalt. Du müsstest gleich so 100.000 Punkte Abzugspunkte kriegen. So minus 2.000. Zwei Millionen. Lass dich nicht angucken. Töte ihn. Warte. Ich bin gar nicht hin. Tschuhu. Ich sag mal, gibt's hier keine AR oder so? Hier haben wir einen Wiederbelebungskid. Wiederbelebungskid. Da könnt ihr mal aufhören, so viel zu rauchen. Hier liegt noch einer. Das war so ein Fass. Aber da ist ja keine AR mehr drin. Ich hab noch eine. Aber die wären so andere Sachen. Ist hier noch so ein Fass? Alter, es ist aufmachen müssen alle. Warte. Hast du auch Munition dazu? Jo. Hä, warum geht das nicht? Danke. Ich bin hier weg. Tschau. Wo stand unsere Autos? Da oben hängt, oder? Ich wollte nur den Schlüssel haben. Von Sven. Der wollte mir den nicht freundlich. Hast du den Schlüssel? Auto? Boah. Los, Chrissy. Lass uns die Autos snacken dann abhauen. Lass sie mir stehen. Alles klar. Tschau. Halt die Welt. Komm los, ich will weiter. Kommt ihr einfach nicht zum Auto, weißt du? Ich muss jetzt wieder Polizeikontrolle machen. Das ist ja klar. Habe ich Sprit? Ich habe einmal Sprit. Ja, mach mal. Hallo, Polizeikontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Die Mäu sollte safe sein, ja. Polizeikontrolle. Komisch. Komisch. Polizeikontrolle. Wundert mich ehrlich. Wundert mich ehrlich. Ich war voll im Anhänger drin, alter. Razzia, Razzia. Razzia, Razzia. Hier links, links. Rechts. Letztes Mal bin ich links gehockt und habe direkt den ersten geholt. Nein, hinter dir. Da war eine Pumpe. Pumpe brauche ich nicht. Hier sind viel bessere Sachen. Bei wem bist du jetzt? Ich habe drei Waffen, das nicht. Bei mir? Braucht nur AR Moon und irgendwas in Richtung Laminated. Oh, Shotgun. Uhr habe ich schon, ne? Ja. Du hast so einen Nuttenstiefel an. Geil, ne? Nuttenstiefel. Das gehen, die sind voll gut. Wenn du irgendwo Klebeband oder sowas siehst, dann schrei. Ach, hier war ein Freshpreis schon, deswegen. Höre ich hier irgendwo ein Auto draußen fahren, so ganz leise? Nein. Halt doch mal auf, dich so viel zu drehen, dann muss ich auch drehen. Wie meinst du so? Ich muss mal hier Sachen zuverfahren. Hier ist wirklich nichts, ne? Scheiß Pumpe würde ich nicht. Was? Man kann keine zwei Makeshift-Armor tragen? Er hatte die gar nicht gemacht. Ja, geradeaus. Großer Rucksack. Toll. Doch, man kann wohl zwei tragen. Nice. Ich habe zwei Ersatz-Makeshift-Armor. Was hast du? Zwei Ersatz-Makeshift-Armor. Seit wann ging es hier schon immer hoch? Hier war ich ja noch nie. Ist ja cool. Ja. Ist der jetzt nicht Argonung genug? Freu ich nicht. Nutzt die doch eh nicht. Warum soll die mein Inventar zustopfen? Ich droppe mal mein zweites Makeshift-Armor. War gemacht, ne? Ich habe es eigentlich nur gedroppt, weil ich das eh nicht nehmen kann. Ich habe keinen Platz. Ja. Bringt dir nichts, wenn du tausend Helme aufhörst. Wirst du mir holen? Ja, das ist das Problem. Da. Da. Der Erste. Was ist das? Dupt-Tappe. Oben liegt doch ein Makeshift-Armor, ne? Was? Oben liegt schon eine Arme. Ja, Chrissy braucht noch, ne? Hätt sie Christopher geben können. Ja, die liegt da oben. Du gehst doch schon ein bisschen was selber tun. Ach so. Ist da gerade ein Auto gefahren? Da ist Schießerei. Oh, hier ist irgendwo ein Auto. Ja, aber... Die fahren hier lang. Rechts, links. Doch, weil die nicht fahren. Die verfolgen sich. Die verfolgen sich. Äh, wo komme ich hier raus? Draußen. Mit Autos. Geh, nochmal zurück. Was war denn da? War da noch ein Ducktap? Ich weiß es nicht. Oh. Ich glaube, in der letzten Kabine. Was war denn da gerade? Ne, nur ein Helm, sorry. Du schießt. Vor dem Ding, oder? Müssen vorne sein. Hinter uns auch. Ja, und über euch. Nein. Die haben unser Auto kaputt geschossen. Die haben eins unserer Autos kaputt geschossen. Ja. Das andere ist hinten bei der Rampe. Und jetzt schießen die auf mich. Ja, geh mal rein. Und auf das Auto. Da hinten bist du. Ich bin am Auto hinten. Ich fahr das Auto mal ein bisschen in Sicherheit. Ach so, da komm ich gar nicht raus. Jetzt ist hier eine Waffe? War vorhin schon. Da hinten ist auch ein Acker. Ich seh die aber nicht. Also pass auf. Kann sein, dass die reinkommen oder so. Vorne oder so? Pass mal vorne auf. Ja, wenn dann vorne. Wo ist denn vorne? Da fährt ein Auto lang auf jeden Fall vorne. Da ist vorne oder so. Gehen wir da hinter die Säule. Weiter oben. Hinter die Säule, hinter die Oli. Da oben drauf. Die fahren weg. Sind wir überhaupt hier safe? Ja, wir sind safe. Nicht, dass sie jetzt einmal rumfahren und von der anderen Seite kommen oder so spät sind. Wo ist der AirDop? Oh, ja. West-Südwesten ist der AirDop. Ich glaube, die zumindest Motor starten hören. Siehst du die da? Irgendwie weggefahren. Ich seh gar nichts. Weggefahren auf jeden Fall. Oder sind die oben auf dem Berg irgendwo? Vielleicht Richtung AirDop. Weggefahren, ja. Soll ich euch abholen vorne? Ne, wir kommen rum. Safe sonnens Markz? Okay. Ein Schrupp-Schrupp-Hau ist hier langgefahren. Falschrupp. Fake news. Richtig nice. Wow. Oh, nice. Ja. Da unten drüberschlag. Was? Da waren wir das. Da habe ich unser Auto gehört. Ich dachte, ich hätte noch ein Auto gehört. Ich denke, ich höre den Odo. Ja, Odo, Odo. Zeigte direkt. Odo 2, ja. Ah, da. Die kommen wahrscheinlich vom AirDop. Ja, wir müssen aufpassen, ne. AirDop könnte immer... Okay, ich falten. Was sein? Was sein? Wo ist der AirDop überhaupt? Hinter uns. Ah, wir sind dran vorbei. Hier ist Action, oder? Keine Action. Weiß ich nicht. Da steht ein Angeweis. Ist schon gelootet, ist schon gelootet, ist schon gelootet. Weg hier. Bomber kommt. Da, 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 wow. Der war nah. Ja. Okay, das war's. Warum? Nichts passiert. Vor uns, vor uns, vor uns. Vor uns, Gegner? Ja. Nice. Oh, Fight for Justice ist ausgestiegen. Nein, nein, nein. Ich bin dort. Fuck. Ich muss mich, äh, heilen. Ja, wenn einer aussteigt, immer sagen. Immer vorher ankündigen. Heide ich, heide ich, heide. Immer, immer vorher ankündigen. Niemals alleine einfach so aussteigen. So, ich bin durch. Hast du keinen Helm mehr? Oh, ich hab auch keinen. Oh doch, ich hab'n Helm. Gut. Ich schaffe, Helm. Wir haben dann noch 38% mit dem Auto. Warum wird mir eigentlich nicht angezeigt, dass ich einen Kill hab? Ich hab' doch einen. Du? Von wem denn? Ja. Sven? 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 Du musst da an die Minus einstehen, genau. Du hast 10 müsste da jetzt stehen. Das war Kill des Jahres. Der war, war'n da auf der Kuppe. Da hast'n Lootzer gemerkt. Irgendwie in Sakotasane. Keine Ahnung. Er hat er? Lass' mal da unten in die Halle. Einfach reinlaufen. Ich dachte, ihr könnt noch ein bisschen rein. Aha. Sag Bescheid, wenn du vor so einer roten Kiste stehst. Warum hast du nicht mehr Hose an? Bescheid. Hier liegt noch AK-Mod, ne? Und you have no space for S. Ernsthaft? Ich hab doch gar nichts dabei. Nur 248 Schuss für die AK. Boah, auch kein Klebeband hier, ne? Brauchst du? Wie viel willst du noch haben? Ich hab noch zwei. Einen hab' ich auch noch. Liegt hier. So, wohin? Einfach hier, kurz hin. Du es. Du es. Das ist jetzt nicht mehr Hose gekackt, glaub ich. Steht's hier bei drei Fässern. Das ist gefährlich. Und die Fässer gehen nicht hoch. Ach nee, jetzt. Schade, ne? Aber meine Ammo ist noch bei 100%. Ich hab's genau gewusst. Ich hab mir seine komische Gestalt sich dann so komisch bewegen sehen. Bist blind? Oh, jetzt kommt der Finisher. Warte, Finisher. Oh, 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 oh. Rennen. Rennen. Alter. Mann. Warte, bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Oh, ich hab mehr Damage gekriegt als du. Oh, herrlich. So, die Gegner müssen jetzt auch wissen. Da gehen wir an die nächste Rolle, komm. Nächste Rolle? Vielleicht find ich da ne Granate. Wer find's als erstes? Kacke! Nächster. Schnell raus hier. Der arbeitet mit unfairen Mitteln. Wo bist du? Warte, warte, warte. Warst du das? Ja, ja. Nicht, dass hier noch einer mitstehe, nicht mitzumischen hat. Oh, hier ist ne große Lemmy, hab ich aufgehoben. Danke. Hatte ich keine? Ich hatte keine mehr, lol. Oh, die ist kaputt. Die war 42%, du Arsch. Ja, das war die, die ich hatte vorher. Die hat er automatisch ausgezogen. Die können wir jetzt eigentlich in die Top 5 schaffen. Ja. Wollte gut sein. Das ist echt die große Frage. Oh, wir müssen hier weg, ne? Wohin denn? Nee, in den Süden. Ach, ist egal wohin er geht. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Fünf Teams vor allem. Naja. Fast zweier Teams, bis auf eins. Das ist ein Kreine. Theoretisch, ne? Dein Ernst? Was? Oh, er trifft. Der war so voll random geschossen. Ins Gesicht. Ne, du hast ja was. Du hast ja gleich auch was. Du hast gerade erst ne Lemmy aufgehoben. Die wird dann weg sein. Ne, die ist schon wieder weg. Schieß das Flugzeug ab. Ja, mach noch leiser bitte. Ich glaub, wir wurden nicht gehört jetzt. Der könnte doch der gewesen sein. Ich bleib hier am Stein sitzen. Hier ist er. Hallo. Neun Player. Hallo. Geh mal weg von mir. Ich habe dezent Angst, wenn du neben mir huckst. Cool wäre gewesen und jetzt einfach ne Granate hätt's fallen lassen und was weggerannt. Wart mal kurz. Ich komm mal kurz zu dir. Ich will nur mal was testen. Bleib mal da so hocken. Nein. Aber das geht glaube ich nicht. Hä, das ging nochmal. Ah, das steht da oben. Boah, Alter. Alter, Alter. Das ist. 24 HP. Ey, und da willst du. Fast da. Aber du auch, ne? Ja. Cool. Hast du noch Spaß? Ich stell mir jetzt ab. Da können wir auf der Straße voll die Falle bauen. Zwei Dinger davon da hin und dann zack. Mach mal. Ja, ich pack die da hin. Auf die Straße nicht hier hin. Ich dachte eben, da kam ein Auto. Das sollte sich so annehmen. Wenn eins kommt, dann schießen wir da drauf. Müssen wir nur noch treffen. Nehm dann, ja. Ja, nicht zu weit. Das war so ne Versuchung gerade nicht. Sind wir überhaupt safe? Oh, ich weiß es gar nicht. Ne, wir müssen runter. Fünf Gegner nur noch. Oh, doch nicht. Komm, wir nehmen die Benzinkanister wieder mit. Ich hab die auch gar nicht gesehen da oben. Ach, da sind die. Jetzt. Du kannst sie nicht in so im Vorbeilaufen mitnehmen, das wird ne? Ich hab den im Vorbeilaufen mitgenommen. Bei mir ging's nicht. Bei mir wollte das nicht. Ganz komisch. Wir sind übrigens eins der größeren Teams, ne? Durchschnitt ist 1, irgendwas. Ja, genau. Wir sind ein zweier Team. Oh, jetzt ist Durchschnitt wieder 2. Diepa-Riefel. Hippah, wo ist er denn? Da ein Feind! Geh weg mit deinem Benzinkanister. Die ist so, oh scheiße, bei uns soweit kommst. Richtig geil. Komm bösen, ich hab nen Teamkill. Ja. Ich warte jetzt auf'n Bus. Sven voll nicht erfreut. Bus bauen. Oh, treff ich. Ich geh doch nur hier rein, weil hier so komisch ist. Warte auf'n Bus. Hinter dir kommt ein Gegner. War nur verarscht. Ne, ich hab jetzt nur auf'n Flieger geachtet, nicht dass da... It's a prank! Da drin. Die sind 100 pro da drin, oder? Ja, ich denk auch. Großer Sicherheit. Da waren wir vorhin noch drin, wir hätten das Revier behaupten sollen. Du wolltest ja immer weg, du willst ja immer laufen. Ich? Ja? Ja? Veit verschast es heute wieder. Achso? Ein bisschen nachher packen. Komm her, du Olanil. Irgendwie die Runde gewinnen, ne? Mit einem Kill. Jeder einen Kill. Ich hab' ja schon einen. Nein? Minus. Wobei, einen Minus ein müsstest du dann haben. Das heißt, du hast dann null Kills nachher. Warte, ich mach Minus zwei. Warte mal. Warte mal. Hier, ich hab' da was für dich. Warte mal. Nein, geh weg. Ich will kein Benzin. Ja, nimm mich. Danke. Rechts Auto. Polizeiauto. Rechts von euch. Straße. Da hinten, ja. Ich seh's. Lock dich da hin, du blöde Kuh. Oh, wir sind nicht safe. Die steigen aus. Die steigen aus, die haben uns gesehen. Jetzt fahren sie weiter. Weiß ich nicht. Die fahren zu safe, Son. Komm, wir gehen uns zu safe. Rechts kommt einer angelaufen. Wo? Ja, seh ich, seh ich. Einer? Ja, einer allein. Der ist jetzt rechts von Olanil. Rechts. Der hat sich gesehen, ne? Östlich. Ja, könnte er ja. Ja. Er hat aber nichts in der Hand. Äh. Wo laufen wir hin? Warum laufen wir weg von ihm? Zu safe, Son. Mach dir doch kaputt. Ja, weil wir auch mal zu safe, Son müssen. Ihr seid zu zweit. Ja, wir müssen trotzdem zu safe, Son. Ja, wir haben noch Zeit, ne Minute. Der läuft links. Der läuft links. Auf der Straße, oder? Der läuft zum Nebel entlang. Links. Weiter links. Der ist schon über den Berg. Ist der schon rüber? Nee, der war doch gar gewesen noch. Nein, der ist voll rüber raced. Der ist da rechts am Baum. Ja, da. Ist der hier schon weg? Der ist da rechts am Baum. Wo bist du? Das ist das Polizeiräte. Wo ist mein Kollege? Der ist schon weg. Ich bin hier oben. Alter. Er lässt mich hier allein. Da ist ein Feind, du Homo. Ja, ich weiß noch nicht wo. Da am Baum. Ich hab das selber geguckt. Da am Baum. Wenn er nicht unten schon runtergelatscht ist. Wahrscheinlich ist er unten runtergelatscht. Ja, nicht wahrscheinlich. Da hinten ist das Polizeiräte. Nicht wahrscheinlich? Achte mit drauf hier. Nee, der ist. Da. Ich dachte das Straßen-Shit wäre. Vor dir. Ich bin nicht vor dir. Fuck. Sniper schoss. Getroffen. Ich seh den nicht. Links. Nein. 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 Irgendwo am Stein. Nein. Nein. Fack. Die andere Sniper hat mich geholt. Da sind 2 Sniper. Die haben sich gut pos- positioniert. Da ist er. Die schießen alles weg was da in die Selfs ankommt. Der nebbaum. Eieieiei Freunde. Ja, schaut bei Poppy weiter wie es weiter geht. Ansonsten Daumen nach oben. Nix verpassen wir heute. Bis dahin. Haut da rein. Ciao.